Wir stehen hier gerade auf dem Perron von der Sky Metro, die am meisten präsentiert ist die Seilbahn der Schweiz. Das Tunnelkino ist eine technische Installation, die erlaubt, dass ein Film erlebt wird. Die Installation ist an der Tunnelwand und beim Verweinfahren entsteht ein 12 Sekunden Film. Es sind vor allem Reisende aus Fernmärten, die hier landen. Von daher war es von uns sehr wichtig, ikonische Bilder der Schweiz zu zeigen und die Gäste authentisch, aber auch sympathisch zu begrüssen und zu verabschieden. Die neue Technik hat vor allem den Vorteil, dass man Content, also den Inhalt, sehr einfach draufspielen kann. Sogar unter dem Tag kann man verschiedene Motive ablaufen lassen. Wir glauben auch, dass es wichtig ist, dass es einen Ort gibt, wo wir zeigen, wer sind wir und wo ist man da. Und das ist die Zusammenarbeit mit Schweizer Tourismus Ideal. Wir machen sehr viel und wir machen es jeden Tag und versuchen natürlich immer ein Stück besser zu werden, um wirklich ein Qualitätshub im Herzen von Europa zu ziehen.